Wer ist der eifersüchtige Part in ihrer Ehe und wie sieht es eigentlich mit der gemeinsamen Kinderplanung aus? Henning und Denise Merten im ehrlichen Liebesinterview. Seit fast einem Jahr sind die Ex-Bachelor-Kandidatin und ihr Mann jetzt schon verheiratet. Das verändert die Beziehung der beiden Influencer natürlich nochmal. Promiflash trifft die zwei jetzt bei der Release-Party zu Erik Sindermanns Song Wollte immer Promi sein. Hier sprechen die Sommerhaus-Stars offen über ihre Marotten in Sachen Liebe. Oh ja, die Eifersucht ist halt sehr groß. Was? Na klar, ich musste mich erstmal durchsetzen, um dass ich überhaupt mal Feuer nähen kann. Kann ich aber was sehen, ich bin halt ein geiler Typ. Aber ansonsten passt das eigentlich an zu. Es war wenig Streit, viel Harmonie, wir arbeiten viel zusammen, wir sind auf jeden Fall ein cooles Team. Gibt Henning Denise denn einen Grund, eifersüchtig zu sein? Na ja, Henning ist ja gerne mal so Malle-Bierkönig und ich weiß ja, was da so rumrennt. Ich war ja auch schon öfter da. Also ich finde das halt so der Menschenmassen, viele Fans und viele Girls, die ihn toll finden. Ich bin da temperamentvoll, ja. Ich passe schon gut auf auf das, was ich habe. Ich beschütze das schon. Zu ihrem Leben gehören ja auch einige Kinder. Denise bringt ihren Sohn Ben mit in die Beziehung und Henning seine drei Töchter Miley, Juna und Lea. In der Vergangenheit betonen die beiden aber schon, dass sie sich noch ein gemeinsames Kind wünschen. Wie sieht es an dieser Front aus? Schwierige Sache, ja. Es ist halt, wenn man schon so viele Kinder hat, nicht einfach irgendwie darüber. Also es ist immer, man ist immer so gespalten, muss man sagen. Auch die Situation ist halt immer schwierig. Man will halt auch noch leben, man will jobmäßig weiterkommen. Und dann ist so ein Kind natürlich immer wieder ein, was ein bisschen einem zurückfällt. Bei Denise klingt das Ganze schon etwas konkreter. Wir sagen halt immer, es ist eigentlich noch das, was, naja, fehlen ist auch falsch gesagt, aber doch das, was uns noch viel, viel stärker miteinander verbinden würde. Und der Wunsch war ja von Anfang an da. Aber wir wollen halt auch nicht einfach unüberlegt, weil jetzt alle irgendwie ein Baby gerade kriegen, sondern wir wollen für uns halt 100 Prozent sagen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Es ist auf keinen Fall ausgeschlossen. Wir verhüten auch nicht. Wenn es passiert, dann passiert es. Aber ja. Entspannt. Entspannt. Entspannt einfach. Wir haben so viel Zeit noch. Ja. Doch schon jetzt haben Henning und Denise immer viel zu tun. Beide sind selbstständig als Influencer. Er will auch noch als Musiker durchstarten. Und natürlich muss ihre Patchwork-Familie gemanagt werden. Wie bekommen sie all das unter einen Hut? Also manchmal frage ich mich selber, wie der Tag schon wieder so schnell vorbei sein kann. Also der Tag flieht manchmal so wirklich, vorbei ist er. Aber irgendwie schaffen wir es. Wir sind eigentlich doch wirklich ein gutes Team. Also wir haben auch eine tolle Familie, muss man dazu sagen, die uns auch viel unterstützen. Sowohl Hennings Familie als auch meine. Und damit kriegen wir das schon alles gut möglich gemacht. Bleibt da überhaupt noch Zeit für Romantik und Zweisamkeit? Das ist genau der Punkt, der gerade ein bisschen so nachhängt. Aber das ist ja alles für eine gute Sache. Und die Zeit, ich glaube, wir wissen auch beide, dass wir uns die jetzt bald mal nehmen müssen zusammen. Henning hat sich zum Geburtstag mal einfach Zeit zu zweit geführt. Das ist ja wohl eine absolute Frechheit, oder? Nein, aber es ist alles gut. Ganz klar, Henning und Denise sind ein Hammer-Team. Gemeinsam kriegen sie bestimmt auch noch ein Kind mehr gewuppt. Und das ist alles gut.